Musik 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 Herzlich willkommen, liebe MZ-Musik-Talent-Checker. Ich habe hier die Frau Schuta zu Gast von den Nürnberger Symphonikern und ihr habt es wahrscheinlich alle schon längst erkannt, das ist eine Geige. Und ja, Frau Schuta, was war das gerade für ein Stück? Ja, das war ein unbekanntes Stück von einem rumänischen Komponisten, eine Szerenade. Und als ich mit 16 dieses Stück gespielt habe, einmal vorgespielt habe, habe ich mich entschlossen, Musikerin zu werden, sonst wäre es vielleicht etwas anderes geworden. Ah, interessant. Wann kann man denn anfangen, Geige zerspielen? Na, pauschal kann man das nicht sagen, zwischen 5 und 10 ist alles möglich. Allerdings das Gängigste ist doch, und was ich gut finde, zwischen 6 und 8. Selbstverständlich kann man auch früher oder auch später, das hängt davon ab, ob die kleinen Kinder jetzt speziell, wenn man früher anfängt, schon die nötige Feinmotorik mitbringen und auch die Ruhe und die Geduld, die doch so ein Instrument abverlangt. Man fängt ja auch wahrscheinlich auf einem kleineren Instrument an. Das ist jetzt eine große Geige. Genau, das ist meine jetzige Geige, die ganze Geige. Das ist jetzt hier eine Schülergeige, eine halbe Geige. Gut, die Kinder sind auch verschieden groß. Auf der spielt jetzt meine achtjährige Tochter. Doch, aber es gibt auch Viertelgeigen. Es gibt mittlerweile auch Achtelgeigen oder noch kleinere. Ganz klein. Also es war vor ein paar Jahren auch in Mode gewesen, dass man noch früher angefangen hat. Aber ich finde, dass die Kleinen sich zur Musik auch bewegen sollten und dass man dadurch die Musikalität auch fördern kann. Das ist also eine halbe Geige. Also wenn ihr ganz geschickte, schnelle Finger habt, ist eine Geige für euch ganz toll. Und ein bisschen Geduld müsst ihr auch mitbringen. Vor allem nehme ich auch an fürs Üben, denn das sollte man ja wahrscheinlich auch täglich tun. Ja, selbstverständlich. Also die Ausdauer ist das Wichtigste. Ich glaube, ungefähr jeden Tag so? Das ist wieder unterschiedlich. Bei den ganz kleinen reichen auch 15 Minuten, wenn es täglich ist oder möglichst täglich. Bei den Großen eine halbe Stunde ist schon angebracht. Und selbstverständlich, wenn man richtig gut sein will, dann mehrere Stunden, wenn man dann studiert, selbstverständlich. Okay. Und man ganz, ganz unterschiedliche Gefühle ausdrücken kann. Man kann mal richtig nervös werden oder träumen oder... Also je nach Stimmung eigentlich, man kann es wirklich ausdrücken. Diese Vielfalt ist faszinierend, was einem die Musik bieten kann. Dann hören wir einfach mal zu. Gut. Als erstes denke ich, jeder von uns war mal richtig böse und genervt. Das könnte auf der Geige so klingen. Man kann aber auch träumen auf der Geige. Das könnte auf der Geige so klingen. Kann man die irgendwo leihen oder muss man gleich sehr viel Geld ausgeben? Ich würde am Anfang gerade die kleinen Geigen lieber leihen. Beim Geigenbauer? Beim Geigenbauer. Auf jeden Fall beim Geigenbauer. Und nicht sich eine kleine Geige im Aldi kaufen, wo mittlerweile die auch manchmal angeboten werden. Sondern beim Geigenbauer, das kostet im Jahr unter 200 Euro. Und wenn man das länger anmietet, ein, zwei Jahre, dann wird das verrechnet, wenn man dann auch eine Geige kauft. Ja, richtig kaufen würde ich fragen. Also eine ganze Geige? Ja, kann man auch früher. Aber, ja. Was muss man ungefähr so anlegen, wenn man sagt, man möchte eine ordentliche Geige nach oben, ist die Grenze natürlich offen, ganz klar. Je älter und je toller das Instrument gearbeitet ist, je besser das. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil die ganzen Geigen, ja, man kann auch mit 1.000 eine kaufen, auch mit 3.000 dann nach oben, sind keine Grenzen gesetzt. Es ist die Frage, wie das... Wie gut sie klingen soll. Genau, genau, genau. Je besser die Geige, desto mehr Freude hat man dann auch am Spielen und am Lernen. Frau Schuter, wie wichtig ist es denn, dass die Eltern hinter einem Kind stehen, das Geige lernen möchte? Weil ich könnte mir vorstellen, es dauert eine Weile bei diesem Instrument, bis man richtig schöne, klare Töne hat, deswegen auch die Geduld, oder? Sprechen Sie was sehr Wichtiges an, und zwar die Kinder brauchen hinter sich das Feedback der Eltern und auch die Geduld auch der Eltern. Weil es am Anfang nicht so... Es kann auch mal ein bisschen kratzen. Es kann auch mal gewaltig kratzen, es kann auch wehtun. Und ich brauche, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir als Erwachsene uns zufriedenstellen mit kleinsten Fortschritten. Dass wir die Kinder loben für die kleinen Schritte. Es ist der Weg der kleinen Schritte. Und die Ausdauer, diese Erfahrung zu machen, dass man mit Ausdauer etwas erreicht. Ich spiele gerne aus dem Kaiserquartett die deutsche Nationalhymne. Ja, wunderbar, die kennen glaube ich alle. Viel Spaß. Ich spiele gerne aus dem Kaiserquartett. Ich spiele gerne aus dem Kaiserquartett. Ich spiele gerne aus dem Kaiserquartett.